Gleich eröffnet der Markt und ich habe mir vorgenommen, heute machen wir das mal ein bisschen gemeinsam. Das heißt, den DAX, den machen wir jetzt etwas vorne ab, aber danach den amerikanischen Markt quasi zeitgleich zur Öffnung und schauen uns das Ganze mal an. Den DAX deshalb vorab, weil ich hier sehe, dass wir eigentlich eine ganz hübsche Bewegung haben. Ich bleibe mal im ganz kurzfristigen, weil ich weiß, dass viele von euch natürlich jetzt interessiert sind, was passiert denn heute Nachmittag, was kann ich denn bis heute Abend vielleicht noch daraus machen? Diese Bewegung sieht doch schon mal super aus. Eigentlich würde ich mir jetzt wünschen, dass wir hier eine ABC oder irgendwie was Korrektives bekommen. Bis jetzt würde das gut passen. Wir haben schon mal so eine Bewegung. Jetzt sind wir hier irgendwie unterwegs. Vielleicht kriegen wir noch das. Ich weiß nicht, ob das passiert. Für all diejenigen, die sich jetzt wünschen, sagt doch mal, wird das jetzt passieren? Das kann ich nicht vorhersagen. Ich habe keine Glaskugel. Wenn wir aber dieses haben, dann wäre die starke Seite aufwärts, die schwache Seite abwärts und wir hätten sogar einen relativ sinnvollen Trade hier, um zumindest mal ein bisschen noch mal auf die Long-Seite zu gehen. Das ist jetzt vielleicht ein wenig exemplarisch, denn ich weiß, viele von euch sind auch längerfristig unterwegs und sagen, naja, Rüdiger, mich interessiert ja nicht so sehr, ob da jetzt mal eben 100 Punkte hoch geht oder nicht. Vergiss das mal. Mich würde interessieren, ob der Kurs jetzt massiv nach oben geht. Und das ist jetzt eigentlich nicht das Thema dieses Videos, aber das wäre natürlich zumindest mal eine Basis, um vielleicht im Kürzerfristigen einen Einstieg zu finden. Sobald ich starke Seiten habe und schwache Seiten unterscheiden kann, dann weiß ich, welches die starke ist, dann will ich da gerne mitmachen. Im Längerfristigen ist das, was heißt Längerfristig? Das ist auch ein 5-Minuten-Chart, aber das ist jetzt vom hoch 28. Nachmittags, also quasi ein Tag jetzt genau her. Und diese Abwärtsbewegung, das ist doch denkbar, dass wir hier einfach nur bis wieder in die Mitte laufen. Genau, und das ist das Thema. Es ist quasi das Hangeln von einem ins andere. Wir können an diesen Chartmustern nicht ablesen, ob er da drüber hinausgeht oder ob er eben dann doch nach unten dreht. Aber, und das machen wir nochmal im Grobüberblick, ihr seht, ich gehe mal hier auf den DAX, wir sind immer noch im Bereich dieser längerfristigen Unterstützung. Das heißt, Marktteilnehmer haben jetzt natürlich ein Fundament, wo sie sagen können, also wenn es dreht, dann jetzt. Umgekehrt können wir aber als Marktteilnehmer auch an dem Verlauf des Marktes dann erkennen, ob die Marktteilnehmer wirklich Lust haben, ob sie den Mut haben zu kaufen oder ob sie sagen, äh, und ich muss ganz ehrlich sagen, im Moment bin ich da noch sehr dezent begeistert, wenn ich mir das angucke. Wir haben hier diese mehrfache Unterstützung, das heißt Marktteilnehmer, technisch orientierte, viele übergeordnete, auch große Player im Markt, kennen diese Fibonacci-Linien beispielsweise. Das heißt, die wissen, da ist jetzt eine Unterstützung. Ergreifen sie die Chance, ja oder nein? Alles das, was ich hier so im Übergeordneten sehe, sieht im Moment noch nicht nach Chanceergreifung aus. Also das, was wir uns hier eben angeguckt haben, im Kleinen, ist quasi nur etwas, was für die nächsten Stunden gilt, aber zumindest mal die Basis für den Dreh hier geben kann. Ihr müsst euch dessen aber bewusst sein, wenn der Markt hier durchgeht, dann fällt auch diese Marke relativ schnell, also hier durchgeht es das Tief vor wenigen Tagen jetzt hier, ich sage mal, grob bei 12.800, dann werden wir hier auch das Tief vom Anfang März hier bei 12.400 ziemlich wahrscheinlich nochmal angreifen. Und dann muss man sich die Frage stellen, kommt da nicht sogar noch mehr? Wir haben es gehört, es gibt viele, ja, sehr negative Stimmen, alleine aufgrund der konjunkturellen Situationen, Rezession und Pipapo. Und tatsächlich, die Marktteilnehmer sind verhalten begeistert, um es sehr höflich zu sagen. Und das liegt unter anderem auch am Nasdaq. Und da sind wir jetzt tatsächlich im Live-Geschehen jetzt mit dabei, direkt zur Börseneröffnung, sehen wir, was hier passiert. Das ist so, was in den letzten Stunden hier passiert ist. Ich mache das mal so groß. Dieses Hoch hier, das ist das Hoch 27. Juni, gestern Vormittag war das. Vorgestern Vormittag, Entschuldigung, 27. Juni. Das ist nach diesem Tiefpunkt, den wir Mitte Juni hatten, der höchste Punkt gewesen. Und seitdem sind wir relativ stark runter und haben hier eine Pause gemacht. Und dann sind wir nochmal stark runter. Und jetzt gibt es so eine Orientierungsmöglichkeit. Nämlich mal so zu gucken, wie lang war denn so dieser erste Teil der Abwärtsbewegung. Und da kann man sich jetzt streiten, welches Tief man jetzt exakt nimmt. Aber so genau müssen wir das gar nicht machen. Wenn ich jetzt mal schaue, diese Länge hier vorne, diese oder vielleicht diese sogar, oder die, die spielt keine Rolle, ist kein Riesenunterschied. Und das in die gleiche Länge bringen würde, dann wäre das hier. Das ist aber 161-fach. Also deutlich länger. Und wir wissen, dass Korrekturen, die dreiwellig sind, normalerweise nicht so lange hintere Wellen haben. Das kann passieren. Aber es ist nicht sehr typisch. Das heißt, es ist viel wahrscheinlicher, dass wir jetzt irgendwann so etwas Ähnliches bekommen wie hier. Vielleicht war es das hier schon. Ich bin mir da nicht ganz sicher. Aber vielleicht kommt noch diese Korrektur hier. Irgendwie sowas. Es muss jetzt nicht exakt so aussehen. Aber nur, dass wir so eine Größenidee haben, dass wir das hier nochmal bekommen. Vielleicht war es das, wie gesagt. Und anschließend das hier nochmal. Das heißt, wir sehen Nasdaq entweder jetzt sogar schon. Weil ihr seht, der Markt flitzt ja schon nach unten. Oder vielleicht auch noch mit einer gewissen Pause. Das gucken wir uns gleich nochmal kurz an. Ist im Moment eher noch auf dieser Abwärtsseite unterwegs. Und damit haben wir ein gutes Stück dieses Versuches nach oben wieder wettgemacht. Und das mit einem klassischen Fünfweller. Oder selbst wenn ihr sagt Fünfwellen, ich kann es eh nicht so weit zählen. Aber mit einer sehr starken dynamischen Bewegung. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, das ist nicht das bullische Bild, wo die Marktteilnehmer sagen, ja, jetzt wird gekauft. Das sieht nicht so aus typischerweise. Also vorläufig scheint das Abwärtsbild beim Nasdaq stark zu überwiegen. Ob der DAX sich dagegen wehren kann. Im kurzfristigen vielleicht. Vielleicht dann in der Phase, wo dann diese Korrektur da stattfindet noch. Aber insgesamt muss ich sagen, ist für mich das Abwärtsbild aktuell das Relevantere. So, das ist grundsätzlich auch nicht ganz groß anders beim S&P 500. Da sehen wir, dass wir hier einen Doppelhoch hier sogar noch hatten. Da kann man noch drüber streiten, welches das jetzt ist. Aber es sieht eher danach aus, als ob wir nochmal eine realistische Chance haben, eben etwas tiefer zu gehen. Und je tiefer wir hier gehen und je steiler die Bewegung dahin geht, desto eher folgt, selbst wenn dann noch eine Korrektur hinten dran kommt. Und nochmal die Fortsetzung. Also für die längerfristig Orientierten unter euch, aus meiner Sicht ist aktuell noch nicht die Zeit gekommen, um einzukaufen. Ich sehe es aktuell nicht. Ich sehe allerdings, dass auch der Dow Jones beispielsweise ja im Bereich der Unterstützung ist. Und wenn er es wirklich schafft, jetzt hier korrektiv irgendwie nur runterzukommen, also irgendwie sowas in der Richtung, dann kann das schon nach oben gehen. Es ist mehr oder weniger das Gleiche gezeichnet hier. Aber dann brauchen wir dieses Zwischenhoch erst, denn ich brauche hier ja einen Dreiweller. Jetzt vergleichen wir nochmal. Das ist vorläufig kein Dreiweller. Im Gegenteil, alles, was wir bisher nach oben sehen, im Kleinen, ist hier eher korrektiv anmutend. Also nicht das Bild, was ich brauche für Käufe. Ihr habt es eben aber schon gesehen in der Andeutung. Ich kann mir vorstellen, dass wir bald zumindest mal hier hingehen. Also für die, die heute Nachmittag aktiv werden, vielleicht doch noch eine Chance für Long. Ja, die ist gegeben, aber wartet, bevor ihr kauft, bis ihr auch nur den zartesten Ansatz so einer Bewegung seht und etwas Wackeliges runter. Dann könnt ihr überlegen, zu kaufen. So ein bisschen so ähnlich wie hier eine starke und eine wackelige. Dann kann man versuchen, mal zu kaufen. Aber nicht, wenn der Markt jetzt so aussieht, sagen wir, das dreht jetzt bestimmt, bin ich mir ganz sicher. Na klar, kann der Markt das trotzdem. Aber die Wahrscheinlichkeiten sind viel geringer, dass das gut geht, als wenn ihr so irgendeine Bestätigung dieser Art abwartet. Alternativ dazu sowas in der Richtung, wie wir es beim DAX gezeichnet haben und dann den Bruch dieser Marke nach oben. Also ihr seht noch nichts mit von wegen richtig einkaufen. Das sieht alles noch nicht so sehr glücklich aus. Ich sehe eine Chance, dass wir bald hier in diesen Märkten so diese Hälfte da wieder gut machen können. Ihr seht das hier, das ist der Hochpunkt, 28. Juni. Viele wünschen sich, ich soll das häufiger mal nennen. Tiefpunkt wissen wir noch nicht. Der letzte Tiefpunkt war jetzt hier am 29. Vormittags. Aktuell steht er knapp 30.950. Am liebsten wäre mir, er geht nochmal ein bisschen tiefer und hat dann den neuen Start, den er schubmäßig nach oben und wackelig nach unten macht. Dann wäre das eine ganz gute Bestätigung. Jetzt da blind reinzugreifen und zu sagen, ja, ne, da dreht er jetzt ganz sicher. Tja, ich finde es nicht so praktisch. Ich würde es nicht tun und nicht nur konjunktiv, ich werde es auch nicht tun. Wir haben bei der Überlegung, wie viel tiefer geht es denn noch, noch ein bisschen Unterstützung. Hier zum Beispiel bei 30.781. Alle Werte, die ich hier bei den amerikanischen Indizes sage, sind auf den jeweiligen Future-Kontrakt im September berechnet. Also müsst ihr gegebenenfalls mal ein bisschen gucken. Das war hier 22. Das Zwischenhoch und 21. Das ist nochmal so eine gewisse Unterstützungszone. Also es ist durchaus denkbar, dass wir irgendwo in diesem Umfeld hier das Ziel entweder direkt bekommen oder vielleicht auch mit diesem Umweg, aber dass wir da nochmal hingehen. Also längst noch nicht das, was wir unter der Kaufseite aktuell nutzen sollten. Also ihr seht, ich bin da sehr, sehr verhalten, was das angeht. Und haltet euch dementsprechend auch insoweit zurück, dass ihr euch das bestätigen lasst. Ein kleines abschließendes Beispiel nochmal, weil nämlich hier beim Nasdaq haben wir ein neues Tief. Wenn jetzt irgendeiner der Märkte, zum Beispiel der Nasdaq, so was als nächstes macht, anschließend wackele ich, ja dann können wir wenigstens das, was wir hier haben, da hinten nochmal bekommen. Solange das nicht ist, ist die bullische Seite für mich nicht interessant. So lange gilt, starke Abwärtsseite, wackelige Aufwärtsseite ist zumindest nochmal die Fortsetzung dieser Bewegung. Mehr darf es natürlich auch sein, aber das ist immer so das Mindestmaß, was man da ins Auge fasst. Also ihr seht, dieses Verhaltensmuster ist auf den kleinen Ebenen genauso wie auf den großen Ebenen zu sehen. Also für euch Intraday-Händler, die da ein bisschen Spaß heute Nachmittag noch haben wollen, probiert das. Schaut mal, ob ihr solche Verhaltensmuster seht. Wenn ja, greift zu, wenn nein, Finger weg. In diesem Sinne hoffe ich, dass euch das ein bisschen für den Nachmittag was hilft oder eben auch schon bei der Überlegung im Übergeordneten. Das müssen wir uns natürlich nochmal genauer angucken. Aktuell allerdings scheint es mir nicht so sehr sinnvoll zu sein, da schon direkt loszuschlagen, übergeordnet und im Kleinen, so wie ich es gezeichnet habe. In diesem Sinne euch alles Gute und liebe Grüße.